Nachdenkseiten Die kritische Website Russland ist schuld am neuen Flüchtlingsstrom. Ein weiterer Beleg dafür, dass die totale Manipulation möglich ist. Ein Artikel von Albrecht Müller. In den letzten Tagen erschien in mehreren Medien der hier verlinkte und weiter unten wiedergegebene Artikel Nicht Ankara, Russland ist schuld. Verfasser ist Matthias Koch, Mitglied der Chefredaktion von Redaktionsnetzwerk Deutschland, kurz RND. Zusammengefasst geht es im Artikel um Folgendes. Im Kern beschuldigt der Verfasser Russland, Syrien mit Luftangriffen in Schutt und Asche zu legen. Deshalb sei Russland der alleinige Verursacher der syrischen Flüchtlingsströme. Mit diesen Flüchtlingswellen wolle Putin, die ihm unliebsame EU spalten. An dieser Stelle ist der gesamte Artikel abgelichtet. Nach Meinung eines Nachdenkseitenlesers ist das Volksverhetzung. Jedenfalls ist es ein übles Machwerk, aus meiner Sicht Teil eines groß angelegten Versuchs, die Verantwortung des Westens für das Elend in Syrien und im Irak, einschließlich der Verantwortung für die großen Fluchtbewegungen, auf andere abzuschieben. Der Westen betreibt zusammen mit einigen Golfstaaten seit 2011 einen Regime-Change in Syrien. Teil der Strategie sind die Förderung islamischen Terrors und das Aushungern des syrischen Volkes mit dem Ziel, möglichst viele Menschen und insbesondere Fachleute zur Flucht zu veranlassen. Teil der Destabilisierung ist auch die völkerrechtswidrige militärische Intervention der Türkei im Nordwesten Syriens. Syrien wehrt sich mithilfe Russlands. Das Fazit deutscher Medien? Die Russen sind schuld. Es gibt nur wenige Medien in Deutschland, die versuchen, die Geschichte richtig zu erzählen. Hier ist solch ein rares Beispiel. Die Kolumne von Götz Ali in der Berliner Tageszeitung vom 3. März 2020. Der Frieden in Syrien muss gemeinsam mit Russland, der syrischen Regierung und der Verwaltungselite gesucht werden. Leicht wird das nicht. Vor allem, wenn man die Hauptverantwortung weiterhin bei Wladimir Putin sucht. Ansonsten fast überall die gleiche fälschende Agitation. Der Artikel von Koch, RND, erschien übrigens am 3. März in der Frankfurter Rundschau und am 4. März in der Hamburger Morgenpost. Vermutlich auch noch in anderen Medien, die sich bei RND bedienen. Der Nachdenkseitenleser, der uns auf den Vorgang aufmerksam macht, fragt, gehört so etwas nicht vor Gericht und dem Presserat? Die Frage ist berechtigt. Aber das Vorhaben ist vermutlich aussichtslos. Ansonsten raten und bitten wir darum, auch mit diesem Beispiel zu belegen, wie wir von unseren Medien betrogen werden. Zur Unterstützung ihres Aufklärungsversuchs hier noch ergänzende Hinweise. Erstens. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Syrische Flüchtlinge wurden bisher und auch bei der letzten großen Fluchtbewegung 2015 von der Regierung Merkel bevorzugt aufgenommen. Das sollte den Braindrain und das Ausbluten Syriens fördern. Sehen Sie hierzu einige einschlägige Artikel der Nachdenkseiten. Zum Beispiel vom 28. November 2017 konkrete Hilfe für Kinder in Syrien. Oder vom 2. November 2018. Das Abschlachten meiner Freunde und Nachbarn war kein syrisches Projekt. Die Pläne dazu wurden in Europa entwickelt. Oder vom 9. Dezember 2018. Syrien, ein ganzes Volk in Geiselhaft. Spendensammlung für syrisches Krankenhaus war erfolgreich. Oder vom 5. November 2019. Aushungern mit dem Segen des Kardinals. Reinhard Marx und das Elend der syrischen Bevölkerung. 2. Die Flüchtlinge, die jetzt an der griechischen Grenze angekommen sind, kommen aus verschiedenen Ländern, vornehmlich neben Syrien aus dem Irak und Afghanistan. Allesamt Opfer von Kriegen des Westens. Die korrekte Überschrift hätte heißen müssen, nicht allein Ankara, auch der Westen ist schuld. 3. Der Artikel in der Hamburger Morgenpost und Frankfurter Rundschau bestätigt, die am 2. März erläuterte Methode der Manipulation Frechheit siegt. Diese können Sie gerne in meinem Buch glaube wenig hinterfrage alles, denke selbst nachlesen. Es handelt sich um die Manipulationsmethoden 18 bis 19. 4. Bemerkenswert ist die Mitwirkung der neuen SPD-Führung an dieser totalen Manipulation. Lesen Sie dazu auch den an dieser Stelle verlinkten Artikel von Tobias Riegel vom 3. März 2020 mit dem Titel SPD-Chef stützt Syrien-Propaganda. 5. Bemerkenswert ist weiter, dass beide Medienprodukte, der Artikel Nicht-Ankara, Russland ist schuld und das Interview mit dem SPD-Vorsitzenden Walter Borjans aus dem gleichen Hause stammen, von RND, Redaktionsnetzwerk Deutschland. 6. Bemerkenswert ist weiter, dass die SPD über ihre Medienbeteiligungsunternehmen Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mit einem Anteil von 23,1% größte Kommanditistin der Verlagsgesellschaft Matzak ist, die zusammen mit Neven Dumont Eigentümer von RND ist. 7. Bemerkenswert ist weiter, dass die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer, die bei Bundespressekonferenzen als besonders aufklärungsresistent und russenfeindlich auffällt, vor ihrem Wechsel ins Bundespresseamt im Jahr 2016 kurzzeitig Leiterin des RND-Hauptstadtbüros war. Der damalige SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel erklärte seinen Personalvorschlag damals so, Zitat, mit Ulrike Demmer wird eine erfahrene, vielfach preisgekrönte und hervorragend vernetzte Journalistin neue stellvertretende Regierungssprecherin, Zitat Ende. Fazit Die totale Manipulation stützt sich auf eine Reihe von mächtigen Akteuren ab. Und Wir und sie sollten uns wohl weiter mit RND beschäftigen. Hier deutet sich zusätzlich zu Springer, Bertelsmann, Holzbrink und anderen mehr ein neues und leicht steuerbares Instrument der Meinungsbeeinflussung an. Vermutlich eine große PR-Krake im scheinheiligen Gewand des Journalismus. Wie geschaffen für Herrn Richard Grinnell im bisherigen plus künftigen Job. Hierzu eine Verlinkung auf welt.de Bitte beobachten! Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Die 많은音 reptknown muss mir hören und die Nachdenkseiten gingen, weil Sie noch aber Sie können uns